Heute bauen wir den 3D-Twitch-Effekt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Twitch, beziehungsweise dort um diesen kleinen, ziemlich coolen Effekt, wenn man über einzelne Streams rübergeht in der Suche und so weiter. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, wie ihr auch an den Punkten auf dem Thumbnail seht. Allerdings finde ich es einen ganz netten Effekt und einige haben sich den gewünscht. Deswegen werde ich den jetzt mal machen. Prinzipiell legen wir damit direkt los. Wenn ihr Fragen zu diesem Video oder zu anderen Videos habt, ganz oben in der Videobeschreibung ist der Link zu Discord. Join the Community, sagt Hallo oder stellt dort eure Fragen. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Wie immer als erstes mal eine kleine Demo von dem, was wir hier eigentlich vorhaben, damit ihr entscheiden könnt, ob sich die nächsten Minuten für euch lohnen oder nicht. Weil wir sehen hier nicht sonderlich viel, sondern nur ein kleines weißes Viereck. Wenn ich mit der Maus allerdings hier rüberfahre, dann seht ihr, wir haben hier diesen coolen Twitch-Hover-Effekt. Was heißt, wenn wir mit der Maus irgendwo rübergehen, passiert etwas. Und das sieht aus, als wenn wir dieses weiße Viereck aus dem Hintergrund rausziehen und wir so eine Art Box dort hinterlassen. Prinzipiell ist das Ganze nicht wirklich schwer. Hat aber ein paar versteckte Punkte, auf die wir jetzt eingehen werden. Wie immer findet ihr dazu natürlich eine Live-Demo und eine Videobeschreibung unter CodePen. Da könnt ihr euch das Ganze ansehen. Aber naja, jetzt verdienen wir keine Zeit und gucken uns mal an, wie das Ganze wirklich funktioniert. So, los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier meine Standard-Entwicklungsumgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir brauchen hiervon aber gar nicht viel, sondern wir nutzen eigentlich nur das, was ihr hier schon seht. Nämlich einmal unsere index.html und unsere main.sas. Beide Dateien, wie ihr seht, sind relativ leer. In unserer index.html haben wir hier unten ein paar Div-Boxen. Einmal eine Div-Box mit der Klasse Twitch-Box. Dann haben wir einmal eine Div-Box mit der Klasse Content und eine Div-Box mit der Klasse Twitch-Border-Effekt. Und in Content könnt ihr theoretisch alles reinstecken, was ihr wollt. Da könnt ihr ein Video reinmachen, da könnt ihr Bilder reinmachen, da könnt ihr Icons, Schrift oder was auch immer euch einfällt, könnt ihr dort reinstecken. Und das ist quasi komplett egal. Das wird für uns, wie gesagt, nur eine weiße Box, die wir bewegen. Und das Spannende wird alles hier drin stattfinden, in dieser Twitch-Border-Effekt-Klasse im Prinzip. Und damit legen wir jetzt direkt los. So, als erstes müssen wir nämlich in unserer sas-Datei ein bisschen was erstellen. Und wie man wahrscheinlich erwartet, fangen wir mit der ersten Box an und sagen hier, wir haben eine Twitch-Box. Und diese braucht eine Weite. In unserem Fall sage ich einfach 15 Rem. Und in unserem Fall sage ich auch eine Höhe von 22 Rem. Und hier unten sagen wir außerdem noch Position und hier Relative. Weil wir diese Box nicht positionieren wollen, sondern alle Child-Boxen abhängig dieser Box relativ positionieren wollen. Das speichere ich jetzt ab. Wir sehen natürlich jetzt nichts in unserer Preview, weil unsere Box leer ist. Sie ist unsichtbar. Sie ist schon dort, aber wir sehen sie nicht. Deswegen fahren wir jetzt weiter und machen erstmal unseren Content. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich bei euch deutlich umfangreicher sein. Bei mir ist es relativ wenig, weil wir einfach nur eine weiße Box machen mit einigen Standard-Variablen, beziehungsweise Standard-Attributen in CSS. Und zwar sagen wir hier Position. Und zwar in diesem Fall sagen wir Position. So Position. Und hier sagen wir Absolute. Weil diese Box wollen wir wirklich positionieren. Und sagen die beiden Attribute Top und Left und definieren damit, wie wir sie positionieren wollen. Nämlich von der oberen und unteren Kante genau 0. Außerdem wollen wir, dass unser Z-Index 2 beträgt. Das müssen wir machen, weil unser Content über unserem Effekt liegen soll, wie eine zweite Ebene quasi. Außerdem soll unsere Box immer 100% der Größe, also der Weite unserer Twitch-Box haben. Und natürlich auch 100% der Höhe. Außerdem brauchen wir irgendeine Form von Hintergrund. In unserem Fall sage ich hier einfach weiß. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Und wir wollen das Ganze animieren. Dafür brauchen wir den Befehl oder das Attribut Transition. Und sagen hier, wir wollen alle Effekte animieren mit 200 Millisekunden. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, seht ihr hier, okay, wir haben hier eine Box. Wenn ich hier mit der Maus rübergehe, passiert noch nichts, weil wir für unseren Effekt noch gar keinen Trigger haben. Und das müssen wir jetzt erstmal machen. Dafür definieren wir hier ein und und sagen einfach und Hover, Komma und Fokus. Das heißt, egal ob wir Fokus oder Hover nutzen, auf unserer Twitch-Box, weil das und-Attribut hier in SAS verknüpft ist mit der Twitch-Box, dann sollen wir hier anfangen, das Ganze zu animieren. In unserem Fall sagen wir jetzt, okay, in dem Moment Punkt Content soll Content animiert werden. Wir sagen hierfür einfach Transform und hier Translate. Und bewegen jetzt die X- und Y-Achse mit ein Rem, Komma und minus ein Rem. Wenn wir das Ganze jetzt speichern und ich hier drübergehe, bewegen wir das Ganze. Aber dem einen oder anderen wird jetzt der Gedanke kommen, die Strecke, die wir diese Box bewegen, ist dieselbe Strecke, wie groß unsere Border sein muss, beziehungsweise unsere Ecken und was wir alles noch gestalten müssen. Deswegen ist es nicht sinnvoll, das so zu schreiben. Sondern wir gehen jetzt hier oben hin und definieren uns eine Variable. Dafür machen wir hier ein Dollarzeichen und sagen hier einfach Border Size und definieren hier unsere Größe. Diese Variable können wir jetzt nehmen und einfach hier einfügen und hier das Minus lassen wir stehen und fügen die hier ein. Wenn wir das jetzt speichern, passiert hier nichts. Allerdings können wir später unseren Effekt skalieren und das ist vielleicht gar nicht schlecht, so etwas Variable zu halten. Aber wie machen wir denn jetzt weiter? Wir haben ja hier unseren eigentlichen Effekt und den können wir jetzt erstmal grundlegend definieren, indem wir uns die Klasse kopieren, hier reingehen und die als Child unserer Twitch-Box definieren. Und kopieren uns jetzt einfach diese ganzen Attribute, weil die sind exakt identisch, nur dass das auf der ersten Ebene ist und unter unserem Effekt liegt und wir keinen weißen Hintergrund wollen, sondern mein Prime, in unserem Fall ist das dieses Magenta. Wenn ich das Ganze jetzt hier reinschreibe und hier drübergehe, sehen wir, wir haben hier schon den Effekt. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Das sieht auch schon so aus, wie sich das verhalten soll. Allerdings müssen wir jetzt überlegen, okay, wie können wir das optimieren? Wie können wir das, wenn wir hier mit der Maus drüber gehen, so optimieren, dass auch hier oben diese beiden Ecken getroffen werden und diese beiden Ecken funktionieren. Dafür brauchen wir zwei weitere Diff-Boxen. Und hier gehen wir jetzt einfach mal rein. Hier sehen wir es ja schon, unsere Border-Box hat hier nicht wirklich etwas drin, sondern da fügen wir jetzt einfach zwei Diff-Boxen hinzu, und zwar einmal Top-Corner und Bottom-Corner. Das speichern wir jetzt ab und gehen hier rein. Aber warum mache ich das mit zwei Diff-Boxen und nicht beispielsweise mit zwei Pseudo-Elementen, die wir einfach per Rotate drehen oder sowas? Das hat damit zu tun, dass diese Box so aussehen soll, als wenn sie rausfährt. Und ich habe das im Vorfeld versucht, mit Pseudo-Elementen zu gestalten. Das funktioniert auch. Daraus resultiert aber deutlich mehr CSS-Code und deutlich mehr, in Klammern, rumgefummelt an kleinen Größen, bis das perfekt passt. Das hier ist einfach die bessere Lösung, so wie Twitch das gemacht hat. Und es hat wahrscheinlich auch einen Grund, dass sie es so gemacht haben und nicht auf eine andere Weise, weil es einfach weniger Code bedeutet und deutlich besser funktioniert. So, aber wie bekommen wir denn zwei Dreiecke hin? Das Ganze ist in CSS gar nicht so schwer. Und zwar haben wir hier unsere Klasse Top-Corner. Die kopiere ich mir jetzt einfach frecherweise mal, gehe hier rein und sage, okay, das ist ja ein Child unserer Twitch-Border-Effekt-Klasse. Und hier drin müssen wir jetzt auch einiges definieren. Als erstes sagen wir nämlich, okay, das alles brauchen wir hier für diese Klasse auch. Wir müssen die auch oben in der Ecke positionieren. Wir brauchen auch hier eine Hintergrundfarbe, aber nicht mit Hintergrund-Color. Wir brauchen auch eine Größe, aber diese Größe ist nicht 100%. Deswegen kopieren wir uns als erstes mal diese beiden Attribute, fügen die hier ein und machen etwas, was vielleicht der ein oder andere, der noch nie ein Dreieck in CSS gestaltet hat, noch gar nicht oder eventuell für ein bisschen komisch hält. Und zwar sagen wir, das hat eine Größe von 0. Und weil die Größe beziehungsweise auch die Farbe nicht mit Background-Color und nicht mit Größe und Weite gestylt wird, sondern mit Border. Und das Ganze klingt komplizierter, als es eigentlich ist. Und zwar sagen wir hier, okay, wir haben Border Top. Und Border Top ist in unserem Fall Border Size von der Größe, ist Solid, aber hat keine Farbe. Also ist transparent. Und das Ganze brauchen wir jetzt dreimal. Natürlich brauchen wir hier nicht dreimal Top, sondern wir brauchen auch gleichzeitig noch eine Bottom Border. Diese ist ebenfalls transparent. Und wir brauchen noch eine Right Border. Diese allerdings ist nicht transparent, sondern ist mit unserer Prime-Hintergrundfarbe versehen. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, sehen wir nichts. Also hier ist nichts zu sehen, wenn ich das Ganze jetzt aber mal untersuche und wir hier unsere Twitch-Box einfach mal mit unserem Hover-Tag versehe, so dass das rauskrollt und wir jetzt hier drinnen mal über unseren Twitch-Effekt gehen und hier über unsere Box sehen wir, okay, die sitzt da oben in der Ecke, sie ist nur noch nicht zu sehen. Also wir müssen sie da irgendwie rausschieben. Und um das zu tun, können wir jetzt einfach unsere Klasse nehmen, die kopieren wir jetzt mal, gehen hier unten in unseren Trigger und sagen, okay, wir haben hier Transform. Transform, das können wir doch schon mal als Basis nutzen. Und wir verschieben sie nicht auf der Left-Right-Achse, sondern wir sagen, nur nach oben hin geht es einmal mit Borders heiß raus. Das Ganze speichern wir jetzt ab und ihr seht, hey, da oben sehen wir es jetzt rausgepoppt. Allerdings sieht dieser Effekt noch nicht so aus wie den Effekt, den wir haben wollen, sondern da ist keine Animation drin und das können wir ganz einfach ändern. Wir sagen jetzt nämlich hier Transition einfach hier mit hinzu, sodass das Ganze animiert wird. Wenn wir das jetzt abspeichern und ich mit der Maus rübergehe, seht ihr aber, es sieht so aus, als wenn es von unten nach oben rausgeschoben wird. Und das ist das Problem, dass dieser Effekt auch gerade zutritt. Wir sagen hier Transform mit der kompletten Größe einfach von unten hoch. Das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen, dass das quasi von hier größer wird und dann gleichzeitig hochfährt. Das heißt, wir brauchen hier definitiv Scale. Und wenn das ausgefahren sein soll, natürlich ein Scale von 1. Und als Startwert sagen wir natürlich, okay, das ist Startpunkt 0 und Scale 0. Und wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern und hier drüber gehe, seht ihr aber, es sieht immer noch so aus wie gerade, dass sich das von unten so hoch schiebt. Und das müssen wir verändern, indem wir den Ankerpunkt unserer Animation mit Origin verändern. Das heißt, wir sagen hier Transform und hier Origin. Und was unser Ziel ist? Unser Origin, also von wo es animiert werden soll, ist Left und Top. Das Ganze speichern wir nämlich jetzt ab. Und wenn ich jetzt hier rübergehe, seht ihr, es sieht so aus, als wenn es mitwächst, als wenn es so rauszieht und nicht mehr wie gerade, als wenn es einfach nur gleichzeitig von unten hochfährt. Und das ist auch schon unser ganzer Effekt. Mehr müssen wir hier gar nicht machen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, natürlich ist, hier hinzugehen und zu sagen, die Bottom Corner. Diese Klasse müssen wir natürlich hier auch noch hinzufügen und nehmen uns diese ganzen Geschichten hier und fügen die hier unten ein. Und wenn wir das jetzt so abspeichern wollen, funktioniert es natürlich nicht. Also hier müssen wir noch einiges verändern. Und zwar haben wir hier natürlich nicht Top Left, sondern wir haben hier Bottom und Right. Das ist unsere Ausrichtung für unsere Border. Also die soll ja hier unten sein. Und das Nächste, was wir haben, wir haben hier auch nicht diese Reihenfolge, sondern wir beginnen mit Bottom, machen dann weiter mit Right. Und hier sagen wir, dass Top quasi wirklich zu sehen sein soll. Und wenn wir das jetzt so abspeichern und ich hier rübergehe, dann sehen wir, passiert noch nichts, weil unsere Box wieder hier unten hängt. Und dafür müssen wir natürlich auch unseren Trigger hier unten animieren. Zack. Und kopieren uns das einmal komplett. Das müssen wir nämlich auch alles machen. Allerdings haben wir hier eine andere Größe. Und zwar sagen wir, okay, wir haben hier Border Size. Und das Ganze haben wir aber auf beiden Achsen, speichern das Ganze ab. Und ich gehe hier rein und ihr seht, es ist wieder, es fährt von unten so komisch rein, weil unsere Transform Origin nicht passt. Sondern unten müssen wir mit Center und hier mit Bottom vorgehen. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, dann haben wir nämlich unseren Ankerpunkt zentriert auf der Vertikalen und unten ausgerichtet an der Horizontale. Was heißt, es skaliert von unten zentral mit. Wenn ich jetzt hier raufgehe, seht ihr, es sieht so aus, als wenn es sich so rausschiebt. Und damit haben wir unseren Effekt auch schon komplett abgeschlossen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten könnt ihr da auch jede Menge Social Media und Affiliate Links finden, wo ihr diesen Challenge supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.